Her und Willkommen auf meinem Kanal, Muzzleduffles. Servus mal. Heute spielen wir eine Runde in Lucky Blocks Bad Wars. Servus mal. Und zwar mit der Flach... Lucky Blocks. Oh, natürlich. Lucky Blocks. Da war ja was. Ja, ich bin der Weihnachtsmann. Upsi. Aber Flamme ist auch dabei. Ich bin der Weihnachtsmann. Und die Leute belästigen mich die ganze Zeit. Bitte, bitteschön, Weihnachtsfrau. Bitteschön. Wenn man schon richtig sitzt. Sein oder später. Wenn man schon richtig ist. Bitteschön. Und du bist doch eine Frau. Also, Weihnachtsfrau. Aber ja. Folgt mir wirklich ab ins Game. Bis gleich. So Leute, jetzt sind wir in der Runde. Zu einer Wüstenmap. So asemäßig oder so. Ich hab vorher zu starb. Feuer. Ja. Oh. Ich hab voll schwarz. So eine Frage. Ich will wer vielleicht mein neuer Teampartner werden. Was soll das? Ich probier mich die ganze Zeit umzubringen. Gefühlt. Ich hab ne Krummbeer. Soll ich nicht mal ne Krummbeer probieren? Ja, ja. Mach ruhig. Ui. Und das, meine Freunde, mein ich wirklich ernst. Nicht, dass das irgendwer denkt. Ich hab auf sie geschossen. Mit dem Feuerball. Aber hab verfehlt. Okay. Man schweiz voraus kaputt. Der eine ist grad wirklich runtergeflogen. Natürlich, der hatte angst vor uns. Wir als Team sind unschlagbar. Der Witz war gerade gut. Ich frag hab jetzt. Das sei eigentlich ernst gemeint. Also. Okay. Ach, das ist ein Witz. Na gut. Unsere Quote ist, dass so stark ist, was man meistens gewinnen. Hier welchen. Aber es gibt schon Runden, das hier, wo wir verlieren. Ein paar zumindest. Wo man sich einfach mit einer Enderperling wo reinpackt und absichtlich. Deswegen stirbt. Ein Block stirbt. Ja, das ist scheiße. Das ist schön. Ganz lieb und schön. Oh so. Ja, ja, ja. Zauberstab. Ja. Wobei es. Ich hasse Drohnen. Drohnen sind immer nett, was ich nicht umbringen. Gefühlt. Es gibt in dem Game Thron, dass ich explodiert, dass ich explodieren. Du willst, weil ich hatte diese Thronen sau selten bis jetzt. Was sind eigentlich ständig. Und weil man keine Rüstung hat, stirbt man sich nicht. Also. Ist die wirklich schöne Truhe. Ich hab auch schon mal mit zwei Herz überlebt. Also das stimmt jetzt nicht. Äh, du stirbst doch. Du stirbst aber schon sehr häufig. Ja, aber ich hab auch schon mal mit zwei Herz überlebt und hatte keine. So hatte nichts. Ja, das war das 5. Das zweite Mal, wo ich die hatte. Ja. Ich hab die in der Nälte sehr selten. Mein hinten ist ein Feind. Mein hinten ist ein Feind. Bist du unseren Feind, oder? Entschuldigung, ich bin unser Feind. Oh. Ich hoffe, du machst gerade die Blöcke. Ja, mach ich. Okay, der ist tot. Das hast du wunderbar gemacht. Ui, da komm ich. Ui, ui, ui. Meine Waffe ist kaputt. Du brauchst ne Waffe. Ja, brauche ich dich. Wäre das sehr schön. Ja. Na, oxt, oder? Oxt ist ganz hoch. Der Typ bringt sich gerade aber 10 Euro um oder so. Und dann machst du uns den Weg frei. Jetzt eigentlich gerade. Oder. Diese Schleimler. Schatz, trank. Komm her, komm her, komm her, komm her. Oder so. Hier hat sich... So kann man es natürlich auch machen. Sie haben Angst vor mir und weggerannt. Ich bin furchterflößend. Bist wirklich furchterflößend. Wirkliche Häcksel. Ich würde sagen, wir arbeiten jetzt in die nächste Runde. Ich bin gegen Feuer, I move. Sagt wer? So, ich? Das sehen wir auf dem Scheiterhaufen. Was? Nein. Obst du überlebst, wennst du überlebst, bist du eine Hexe. Wenn nicht, hab ich doch keine Hexe. Ganz, ganz nette Methoden aus dem Mittelalter. Ähm. Jetzt neu. Ich hab ne Hose für dich. Ui. Wir müssen uns ja anständig benehmen. Hosen für alle. Oder wie? Mir, ich hatte mal, von Altenheim, mein Gefahrtprojekt, wo ich auch so sehe, wo ich so viel Eisen gefahren hab, wo ich 36 Hosen gewarftet habe, weil ich mir eigentlich nur wollte, mich verdrückt habe. Das ist auch schön. Kann man auch machen. Also, wie geht's? Und in echten Leben? Ähm. Ich hab Hose, Amazon 60, da. Bei der Frage. Bei der Frage. Ich hab nur Hosen an, nur meine Hosen, meine Hose ist das gegangen, deswegen hatte ich nur eine Hose, weil die eine Räscher waren. Und diese blöde. Oh, kann ich mir wuscheln. Jetzt erzähl ich auf die Hosen-Story. Was? Was ist das? Jetzt erzähl ich schon. Ey, man muss nicht auf dem Laufenden halten, was? Wichtig. Ja klar, Mut. Man muss alles von seinem Leben preisgeben. Ja, klar. Wir sind ja, wir sind solche richtigen Tick-Zocker. Für alle, die das nicht verstanden hatten, das war ein Joke. Auf jeden Fall. Ja, so. Nochmal zum sagen, das war ein Joke auf einer, die was ich kenn, die macht Tick-Tick-Tick, die postet ihr ganzes Leben auf Tick-Tick. Also, deswegen, ich find ich, das macht ein bisschen Spaß. Also, nichts gegen irgendein Tick-Tocker oder so. Nur damit im Schatten raus. Mist. Mach' kein Hund mit einem Blitzschlag. Ist okay. Ist okay. Mit dem Game. Die können wir hier leben, die wir leben, du ist Dornen. Kennst du das? Ja. Schau. Ui. Schau, weißt du, wann Eltern sagen, wenn du so zehnmal zum Kühlschrank laufst, immer schaust, ob was drin ist, auch wenn immer noch das gleiche drin ist wie TV aus, zehn Minuten oder fünf Minuten, musst du deinen Eltern einfach sagen, ich warte, bis das Essen respawnt. Also. Was Besseres kannst du dich darauf sagen, also. Warte auch immer, bis mein Essen respawnt. Irgendwann wird's nicht mehr wiespawnt, irgendwann musst du das kaufen. Ui, ich's? Ja. Nebenbei, es gibt Apps, wo man es bestellen kann. Dennoch tust du's ja nicht wiespawnt, dennoch muss man bezahlen. Sagt's wer? Sagt's wer? So, ich's bezahlen, oder was? Schau, nee, du bist nix zahlen. Heallie, weil die Verhandlung gibst dir, du gehst rein, einfach schnell die Tür zu hauen, fertig. Und du glaubst nicht, dass es da Konsequenzen gibt? Kann's geben, soll ist halt schnell die Wohnung wechseln. Namen, Wohnung, alles. Wir werden das in Zukunft nicht mehr. Nein. Was, was das für ne Arbeit wär, wegen, nur wegen sowas. Also. Also, das ist ja nur so wichtig, Ich wollte nur dazu sagen, wenn ihr das jetzt machen wollt, ich hafte für nichts. Also, ihr seid wirklich selbstverantwortlich. Das wollte ich nur klarstellen. Ganz wichtig. Mit wem möchte ich eigentlich zusammen sein? Letzt die Leute oder Cloud? Nein, ich habe gesagt, dass ich dafür nicht zuständig bin. Also, ich halte mich daraus. Jeder ist für sich aber zufrieden. Also, das ist wichtig, muss ich sagen. Wenn jetzt jemand ein Video macht, wie er das macht, weil du das erwähnt hast, dann lach ich. Wenn ihr Videos einschicken wollt, e-mail ist beim Kanal verlinkt. Die lustige Videos gerne dabei, auf was ich reagieren könnte. Dürft ihr gerne Videos einschicken. Astro Videos, könnt ihr euch aussuchen. Stell dir mal, schau mal, ich bin als Hexe, wie es... ...auf einer Fledermaus. Ja, ich seh's. Die Front ist gefährlich. Ich weiß, ja. Fliehen wir? Nein, ich wohne mit dem Nackenlobdom. Also. Ist du da gerade Hähnchenbrust? Ich mache. Hähnchenbrust ist lecker. Mächt gut. Ist es nicht irgendwie so, bei Weihnachten, dass, ähm, Amerika, oder wie auch... Äh, das ist... Nein, ich glaube, da ist... Gut an ist. Nee. Gut an ist, man fängt Skipping, und bei... Zu Weihnachten ist es, glaube ich, eine Gans. Was ist es? Also, es kommt wahrscheinlich auch immer drauf an, wo du in den USA bist, wahrscheinlich. Also, tippe ich jetzt mal. Was isst man eigentlich traditionell in Deutschland? Ich weiß es gar nicht. Weihnachten. Also. Ich würde jetzt mal sagen, so, Ente, Gans, oder sowas. Was... Ich würde jetzt mal persönlich sagen, so... Von dem Essen hier, aber ich esse meistens Racket, also. Einfach, hier ist mal. Jetzt kommt sie noch auch, da gibt es Warten oder 13 mehr bei uns. Na gut, das ist... Das ist... Das ist auch familienabhängig, würde ich auch sagen, was halt so mit mir zum Essen gibt. Was willst du denn? Okay. Das ist fast 22, und wir reden um... Ähm, wir reden... Ähm, wir reden... Ähm, wir reden. Ich kann nicht mal reden. Sie kommt. Automatischer Bogen ist vom Scheiß. Und ich würde sagen, müsst ihr mir was sagen? Das wars, Leute. Ich JJ! Nehmein bei, ankommende Geschenke hast du alle? Ähm... Und dann sagst du immer... Ja, deine Geschenke habe ich. Was bekomme ich? Das sag ich jetzt nicht, das bleibt Überraschung. Ich würde sagen...